Bekennen, bekennen, fab to confess, admit, Mark bekennt sich dazu, dass er Männer liebt. Mark admits that he loves men. Dauernd, dauernd, arti, constant, lasting, er hat dauernd Probleme mit der Polizei. He's in constant trouble with the police. Eigenständig, eigenständig, arti, independent, eine eigenständige Person ist von niemandem abhängig. An independent person is not dependent on anyone. Elegant, elegant, arti, elegant, die Königin bewegt sich sehr elegant. The queen moves very elegantly. Haftung, Haftung, die Liability, das Hotel übernimmt keine Haftung für verlorene Gegenstände. The hotel accepts no liability for lost items. Mutmaßlich, mutmaßlich, arti, presumit, suspected, die Polizei fasst den mutmaßlichen Mörder. Vergleichsweise, vergleichsweise, arti, komparative Li, mit ihren Jahren ist sie für diesen Job vergleichsweise jung. At, she is comparatively young for this job. Vermehrt, vermehrt, arti, inkreazit. Die vermehrte Nachfrage führt zu einem Deutlichen Anstieg der Preise Increased demand is leading to a significant increase in prices. Bedauern, bedauern, fab to regret, feel sorry, Mark bedauert, dass er Johannas Geburtstag vergessen hat. Mark regrets that he forgot Johannas birthday. Begeben, sich, begeben, sich, fab to proceed. Alle Reisenden nach Madrid sollen sich zu Gate begeben. All passengers to Madrid are to proceed to Gate. Durchgehen, durchgehen, fab to go through, pass, bolt, das Pferd erschreckt sich und geht durch. The horse gets scared in bolts. Vorschreiben, vorschreiben, fab to dictate, ich lasse mir von meinen Eltern nicht vorschreiben, was ich studiere. I won't have my parents dictate what I study. Zutrauen, zutrauen, fab to dare to do sth, er traut sich zu, das Problem allein zu lösen. He dares to solve the problem on his own. Abseits, abseits, adv offside, off the beaten track, wir wollen einen Platz für unser Zelt finden, der etwas abseits liegt. We want to find a place for our tent that is a Little of the beaten track Asymmetrisch, asymmetrisch, aj asymmetrisch, der Schnitt von diesem Kleid ist asymmetrisch. The cut of this dress is asymmetric. Bescheiden, bescheiden, Artimodist, obwohl Edward reich ist, lebt er sehr bescheiden in einem kleinen Haus. Although Edward is rich, he lives very modestly in a small house. Entfallen, entfallen, fab to slip, SBS meint, be dropped, das Datum ist mir gerade entfallen. The date just slipped my mindestens FIFA, FIFA, die FIFA, FIFA ist die Abkürzung für Fiederation Internationale de Football Association. FIFA is the abbreviation for Fiederation Internationale de Football Association. Hemmung, Hemmung, die Inhibition, viele Leute verlieren ihre Hemmungen, wenn sie Alkohol trinken. Many people lose their inhibitions when they drink alcohol. Schlafzimmer, Schlafzimmer, das Bedrohme, unser Haus hat drei Schlafzimmer. Our house has three bedrooms. Tragödie, 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 die Tragödie, die griechische Tragödie, König Oedipus endet mit dem tragischen Tod des Helden. The Greek tragedy King Oedipus ends with the tragic death of the hero. Wunde, Wunde, die waunt, aus der frischen Wunde fließt Blut. Blood Flows from the fresh wound 18-18 um Eikteen, mit 18 Jahren gilt man als Erwachsen. With 18 years one is considered an adult. Chaos, Chaos, das Chaos, Schnee und Eis können Chaos auf den Straßen verursachen. Snow and Ice can cause chaos on the roads. Krone, Krone, die Crown, die Königin trägt eine Krone auf dem Kopf. The Queen wears a crown on her hat. Reiben, Reiben, verpte Rupf Luke versucht, den Fleck aus seinem Hemd zu reiben. Luke tries to rub the mark out of his shirt. Reporter, Reporter, der Reporter, der Reporter von der Presse fotografiert die Mannschaft nach dem Spiel. Schluck, Schluck, der Sip für sie, trinkt einen Schluck Wasser aus der Flasche. She drinks a sip of water from the bottle. Schock, Schock, der Schark, nach dem Unfall steht er unter Schock. He's in shock after the accident. Aufschreiben, Aufschreiben, verb to write down, wenn ich es nicht aufschreibe, vergesse ich es. If I don't write it down, I forget it, reizen, reizen, verb to annoy, provoke, tempt, mein Bruder reizt mich so lange, bis ich ihn haue. My brother keeps tempting me until I hit him. Attribut, Attribut, das Adjunkt, Attribute, Tanja hat viele schöne Attribute. Tanja has many beautiful attributes. Aufreißen, Aufreißen, verb to tear open, du sollst das Geschenk nicht immer sofort aufreißen. Diagnose, Diagnose, die Diagnose ist, morgen fährt er ins Krankenhaus und bekommt seine Diagnose. Tomorrow he goes to the hospital and gets his diagnosis. Hinzukommen, Hinzukommen, verb to be added, join, zu unserer Gruppe darf jeder hinzukommen. Anyone can join our group. Prinzipiell, Prinzipiell, Arti, Inprinziple, Prinzipiell haben meine Eltern recht, aber ich höre trotzdem nicht auf sie. In principle, my parents are right, but I still don't. Listen to them. Reflektieren, Reflektieren, verb to reflect, mein Gesicht wird von deiner Brille reflektiert. My face is reflected off your glasses. Unterlage, Unterlage, die Bs, Part, Document, schicken Sie uns Ihre Unterlagen bitte per Post. Please send your documents by mail. Die, PL, Documents, bitte bringen Sie mir die Unterlagen bis morgen vorbei. Please bring the documents to me by tomorrow. Vernachlässigen, Vernachlässigen, verb to neglect. Ich vernachlässige meinen Mann, weil ich so viel arbeite. I neglect my husband because I work so much. Versinken, versinken, verb to sink. Nach dem Sturm versinkt das Schiff im Meer. Erhitzen, erhitzen, verb to heat, ab. Kannst du bitte schon das Wasser für den Tee erhitzen? Can you heat the water for the tea already, please? Ersatz, Ersatz der Replacement, Compensation, für das Spiel brauchen wir einen Ersatz für Paul, er ist krank. For the game we need a replacement for Paul, he's sick. EU Kommission EU-Kommission, die European Commission, die EU-Kommission ist die Regierung der Europäischen Union. The European Commission is the Government of the European Union. Hessisch, Hessisch, Ach-Hessian, die hessische Hauptstadt ist Wiesbaden. The Hessian Capital is Wiesbaden. Das Hessian, Ann-Kathrins Dialekt, ist hessisch. Ann-Kathrinis Dialekt ist Hessian. Passiv, Passiv, Passive, Passive, Passives Rauchen ist auch gefährlich. Passive Smokiness Dangerous, too. Rauch, Rauch, der Smoke, Fumel, bei einem Feuer entsteht Rauch. A fire causes smoke. Stinken, stinken, färbt du stink, wenn du dich nicht wäschst, stinkst du. If you don't wash, you stink. Tschüss, tschüss in Terry, bye, tschüss, wir sehen uns morgen. Bye, see you tomorrow. Vorgänger, Vorgänger, der Predezessor, Judith ist meine Vorgängerin bei der Arbeit, ich übernehme ihren Job ab sofort. Judith is my predecessor at work, I'm taking over her job from now on. Anstarren, anstarren, färbte Gays, stare at, die Menschen starren mich oft an, weil ich anders aussehe. People often stare at me because I look different. Detailliert, detailliert, ach, detailit, mein Freund schreibt mir detailliert auf. Was ich morgen machen muss My friend writes out in detail what I have to do tomorrow. Fremdsprache, Fremdsprache, die foreign language, ich bin Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache. I am a teacher of German as a foreign language. Gepäck, Gepäck, das Lugage, für meine Reise brauche ich nur wenig Gepäck. I don't need much luggage for my trip. Unglücklich, unglücklich, adieu, unhappy, unfortunate Martina ist sehr unglücklich darüber, dass sie keinen Job mehr hat. Martina is very unhappy that she no longer has a job. Wehen, wehen, verb, to blow, flutter, der Wind weht heute sehr stark. The wind is blowing very strong today. Ausprobieren, ausprobieren, fab to try out, wenn ich koche, probiere ich gerne neue Gerichte aus. When I cook, I like to try new dishes. Bewerben, sich, bewerben, sich, fab to apply, sie können sich noch bis morgen für den Job bewerben. You can apply for the job until tomorrow. Erhoffen, erhoffen, fab to expect, hope for, ich erhoffe mir von meinem Studium, dass ich viele praktische Erfahrungen sammeln kann. I hope that my studies will give me a lot of practical experience. Feder, Feder, die Fieter, der Stoff meines Kleides ist so leicht wie eine Fieder. The fabric of my dress is as light as a feather. Feuerwehr, Feuerwehr, die Fire Brigade, in meinem Haus brennt es, ich muss sofort die Feuerwehr rufen. My house is on fire, I have to call the Fire Brigade right now. Fixieren, fixieren, verb to fixate on S-B-S-T-H, sie ist sehr auf ihren Sohn fixiert. She's very fixated on her son. Gemäldegemälde, das Painting, im Museum hängen viele berühmte Gemälde. There are many famous paintings in the museum. Heimheim, das Home, Institution, Kinder, die keine Eltern mehr haben, leben oft in einem Heim. Children who no longer have parents often live in an institution. Heranziehen, heranziehen, fab to consult, draw near, für meine schriftliche. Arbeit muss ich auch Meinungen von anderen Autoren heranziehen. For my written work I also have to consult the opinions of other authors. Image, image, das Image, das gute Image der Firma ist meinem Chef sehr wichtig. The good image of the company is very important to my boss. Koch, Koch, der Cook, mein Vater arbeitet als Koch in einem Restaurant. My father works as a cook in a restaurant. Stadtteil, Stadtteil der District. Ich wohne in einem sehr schönen Stadtteil von Leipzig. I live in a very beautiful district of Leipzig. Träger, Träger, der Strapf, Holder, Responsible Body, als ich den Arm hebe, reißt der Träger von meinem T-Shirt. As I lift my arm, the strap rips off my T-Shirt. Verschärfen, verschärfen, fabte Tichten. Intensiv, viele Regierungen wollen die Gesetze für Asyl wieder verschärfen. Zunahme, Zunahme, die Inkrease, wir müssen mit einer Zunahme der Anzahl von Studierenden im nächsten Jahr rechnen. We have to expect an increase in the number of students next year. Annähern Annähern Fab to Approach Nach einer langen Zeit ohne Kontakt nähern mein Vater und ich uns jetzt einander wieder an. After a long time without contact, my father and I are approaching each other again. Baron Baron der Baron Den Titel Baron bekamen früher nur reiche Menschen. In the past, only rich people got the title of Baron. Eigentum 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 If something belongs to me, it's my property. Gründlich Gründlich Aditoruk Du musst deine Sätze in Zukunft gründlicher lesen. Du hast zu viele Fehler gemacht. You have to read your sentences more thoroughly in the future. You have made too many mistakes. Sachsen Sachsen Anhalt Sachsen Anhalt Das Sachsen Anhalt Sachsen Anhalt ist ein Bundesland in der Mitte von Deutschland. Sachsen Anhalt is a federal state in the middle of Germany. Umsehen Umsehen Fab to Look Arrund Obwohl ich weiß, dass du nicht da bist, sehe ich mich auf der Straße immer nach dir um. Although I know you're not here, I keep looking for you on the street. Via via prep via, bitte schick mir die Dokumente via E-Mail. Please send me the documents via E-Mail. Abziehen Abziehen Verb to take off, withdraw, subträst. Wenn man vier von zwölf abzieht, bekommt man acht. If you subtract four from twelve, you get eight. Befund Befund Der Result Finding Es Mein Arzt sagt, dass mein Befund für die Krankheit negativ ist. My doctor says that my findings are negative for the disease. Niederlande Niederlande Diese Nesserlands Wir fahren mit einem Schiff durch die Niederlande. We travel by ship through the Nesserlands. Schwanken Schwanken Fab to Vary Ich schwanke in meiner Entscheidung, wohin ich dieses Jahr in den Urlaub fahren soll. I vary in my decision about where I should go on vacation. This year Stoß 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 der Push Shark Sie gibt mir einen Stoß und ich falle hin. She gives me a push and I fall. Unsinn Unsinn Der Nonsense Was dir deine Lehrer erzählen, ist Unsinn, ich weiß es besser. What your teachers tell you is nonsense, I know better. Wahlperiode Wahlperiode Die Term Die Wahlperiode Eines Bundeskanzlers dauert in Deutschland vier Jahre. The Term of Office of a Federal Chancellor in Germany Lasts four years Blockieren Blockieren Fab to block Ich komme zu spät, weil Autos die Straße blockieren. I'm late because cars are blocking the road. Defizit 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 Das Defizit Der neue Finanzdirektor kann das Defizit deutlich reduzieren. The new financial director can significantly reduce the deficit. Dynamik Dynamik Die Dynamics Die Dynamik einer Gruppe bedient sich an deren Mitgliedern. The Dynamics of a group are determined by its members. Nirgendwo, nirgendwo, ad faun ovarell, ich kann meinen Schlüssel nirgendwo finden. I can't find my key anywhere. Umarmen Umarmen Fab to embrace Ich umarme meine Freundin, als sie in den Zug steigt. I embrace my girlfriend as she gets on the train. Vernunft Vernunft Die Reason Ein gutes Argument basiert auf Vernunft und Logik. A good argument is based on reason and logic. Anregung Anregung Die Stimulus Ideia Die Bilder geben Anregung zur Diskussion. The pictures provide a stimulus for discussion. Code Code Der Code Ich gebe meinen Code in das Handy ein, um es zu starten. I enter my code into the phone to activate it. Jetztig Jetztig Adi Current Bis zu den nächsten Wahlen bleibt der jetzige Präsident. Im Amt The current president remains in office until the next elections. Kommunizieren Kommunizieren Fab to communicate Wir können jetzt ständig mit Menschen am anderen Ende der Welt kommunizieren. We can now communicate instantly with people on the other side of the world. Krebs 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 der Cancer Jährlich erkranken viele Menschen an Krebs. Many people contract cancer every year. Kühlschrank Kühlschrank der Fritsche Wenn man Gemüse in den Kühlschrank legt, bleibt es länger frisch. If you put vegetables in the fridge, they stay fresh longer. Lächerlich 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 Du siehst lächerlich mit dem Hut aus. You look ridiculous in that hut. Airline Airline Die Airline Die Airline bietet Flüge von Amsterdam direkt nach Toronto an. The airline offers direct flights from Amsterdam to Toronto. Akt, Akt, der Ekt, das Stück besteht aus fünf Akten. The play consists of five acts. Außerordentlich, außerordentlich, adi extraordinari, Christine lernt. Außerordentlich viel für das Examen. Christine is learning an extraordinary amount for the exam. Empfang, Empfang der Rezeption, wir haben hier auf dem Land einen schlechten Empfang. We have bad reception here in the country. Minimal, minimal, adi minimal, der Athlete auf Platz 1 hat nur einen minimalen Vorsprung vor dem Athleten auf Platz 2. The athlete in first place has only a minimal lead over the athlete in second place. Nacken, Nacken, der Neck, der Nacken ist der Übergang vom Rücken zum Kopf. The neck is the transition from the back to the head. The Republicans are supporters of the Republican Party of the USA. Rhythmus, Rhythmus der RHYTHM, der Rhythmus dieses Liedes ist einfach zu schnell zum Tanzen. The rhythm of this song is just too fast for dancing. Unerwartet, unerwartet, are you unexpected? Mareike erzählt, dass sie und Felix bald unerwartet Eltern werden. Mareike says that she and Felix are unexpectedly becoming parents soon. Unterschrift Unterschrift, die Signature Sie müssen den Vertrag nur noch mit ihrer Unterschrift bestätigen. You only have to confirm the contract with your signature. Anfallen, Anfallen, FAP to attack, Akkumulate, zusätzlich zu den Steuern fallen auch Kosten für die Versicherung für das Auto an. In addition to the taxes, costs for car insurance also accumulate. Ausfall, Ausfall der Failure, Breakdown, durch den Ausfall der Maschinen verliert die Firma viel Zeit und Geld. Due to the failure of the machines, the company loses a lot of time and money. Beantragen, Beantragen, FAP to apply for the family. Winter beantragt einen Kredit bei der Bank. The Winter family applies for a loan from the bank. Daheim, Daheim, Adfau et Hom, Daheim warten schon ihre Kinder und ihr Ehemann. Her Children and Her Husband are already waiting at home. Offizier, Offizier, der Officer, der Offizier gibt den Soldaten Anweisungen. The Officer gives instructions to the soldiers. Protagonist, Protagonist, der Protagonist. Der Autor nutzt Freunde und Familie. Als Vorbilder für seine außergewöhnlichen Protagonisten. The author uses Friends and Family as role models for his extraordinary protagonists. Quälen, Quälen, FAP to torment, Martina kann nicht verstehen, warum manche Menschen Tiere quälen. Martina can't understand why some people torment animals. Strömung, Strömung, die Current, Trend, hier darf man nicht schwimmen, der Fluss hat eine starke Strömung. You can't swim here, the river has a strong current. Überfordern, Überfordern, FAP to overtax, be too much, die vielen neuen Aufgaben überfordern mich im Moment. The many new tasks are too much for me at the moment. Dokumentieren, Dokumentieren, FAP to document, Raphael dokumentiert sein Experiment für seine Arbeit. Raphael documents his experiment for his work. Gliederung, Gliederung, die Structure, Organization, die Gliederung des Textes besteht aus fünf Punkten. Kartoffel, 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 die Potato, aus Kartoffeln kann man viele verschiedene Gerichte machen. Potatoes can be made into many different dishes. Schleichen, Schleichen, FAP to creep, Praul, Sneak. Wenn seine Eltern schlafen, schleicht sich Daniel leise aus dem Haus. When his parents are sleeping, Daniel sneaks quietly out of the house. Zulegen, Zulegen, FAP to gain, put on, get, wir legen uns Kühe zu, damit wir immer frische Milch zu haben. Aktionär, Aktionär, der Shareholder, die Entwicklung der Börse bereitet den Aktionären Sorge. Shareholders are concerned about the development of the stock market. Auseinandersetzen, Auseinandersetzen, FAP to deal with. In der Therapie muss er sich mit seinen Ängsten auseinandersetzen. In Therapie he has to deal with his fears. Bestrafen, Bestrafen, FAP to punish. Mein Ehemann bestraft mich nach jedem Streit mit Schweigen. My husband punishes me with silence after every argument. Einlegen, Einlegen, FAP to put in, insert, sie legt die CD ein und startet die Musik. She inserts the CD and starts the music. Erlernen, Erlernen, FAP to learn, Kinder erlernen Fremdsprachen schneller als Erwachsene. Children learn foreign languages faster than adults. Friedhof, Friedhof der Cemetery, jeden Sonntag geht sie auf den Friedhof und besucht das Grab ihres Mannes. Every Sunday she goes to the cemetery and visits her husband's grave. Materiell, materiell ad financial, material, materieller Reichtum allein macht nicht glücklich. Material wealth alone does not make you happy. Produzent, Produzent, der Producer, das Unternehmen ist der weltweit größte Produzent von Lebensmitteln. The company is the world's largest producer of food. Transparenz, Transparenz, die Transparency, Clarity, Transparenz in der Forschung ist wichtig, um ethische Grenzen zu erarbeiten. Transparenz in der Forschung ist wichtig, um ethische Grenzen zu erarbeiten. Asylbewerber, Asylbewerber, der Asylumsieker, ein Asylbewerber ist eine Person, die geflohen ist und in einem anderen Land einen Antrag auf Asyl stellt. An Asylumsieker ist eine Person, der an Asylumsieker fliegt und für Asylumsieker in einem anderen Land verwendet. Eigentümer, Eigentümer, der Owner, die Polizei sucht den Eigentümer des Autos. Police are looking for the owner of the car. Fabrik, Fabrik, die Factory, in der Fabrik laufen die Maschinenstunden am Tag. The Machines run hours a day in the factory. Mutig, mutig, Articuragius, Janosch ist ein mutiges Kind und traut sich deswegen mehr als andere Kinder. Janosch is a courageous child and therefore dares more than other children. Stolz, Stolz der Pride, sie empfindet Stolz für ihre Kinder. Sympathisch, Sympathisch, alli, Sympathetik, unser neuer Chef ist ein sympathischer Mensch, mit dem man bestimmt gut zusammenarbeiten kann. Our new boss is a sympathetic person with whom you can certainly work well together. Tafel, Tafel, die Board, Table, der Lehrer schreibt die neuen Wörter an die Tafel. Transformation, Transformation, die Transformation, das Internet führt zu einer Transformation vieler Gewohnheiten wie dem Einkaufen. The Internet leads to a transformation of many habits such as shopping. Uniform, Uniform, die Uniform, an vielen britischen Schulen tragen die Schüler eine Uniform. In many British schools, students wear uniforms. Weigern, sich. Weigern, sich, färbte Refuse, das Kind weigert sich, die Hand seiner Mutter zu nehmen. Es will lieber alleine laufen. The child refuses to take his mother's hand. He'd rather walk alone. Weigern, sich. Weigern, sich. Weigern, sich. Vielen Dank. Vielen Dank.